Hi, mein Name ist Sabrina. Ich arbeite in Neustadt an der Aisch auf der Intensivstation. Ich bin gelernte Fachkrankenschwester für Intensiv- und Anästhesie. Ich arbeite jetzt hier schon 14 Jahre lang. Wir sind eine interdisziplinäre Intensivstation. Wir behandeln chirurgische als auch internistische Patienten, überwiegend Beatmungspatienten und Patienten, die eine invasive Kreislaufüberwachung benötigen. In wenigen Monaten ziehen wir auf unsere wirklich hochmoderne neue Intensivstation. Dafür brauchen wir natürlich noch Pflegekräfte. Auch dich als Berufsanfänger würden wir wirklich gerne mit offenen Armen empfangen und wir werden dir den Einstieg wirklich leicht machen. Hallo, mein Name ist Sonja. Ich bin gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin, arbeite seit 2014 hier auf der Intensivstation in Neustadt und habe hier auch meine Weiterbildung zur Fachkrankenschwester für Anästhesie und Intensivpflege absolviert. In den letzten Jahren sind wir stetig gewachsen. Wir haben unsere Kapazitäten um einiges erweitert, beispielsweise mehr Beatmungsmöglichkeiten oder wir führen auch kontinuierliche Dienwiese verantwortlich. Dafür brauchen wir nicht nur mehr Platz, sondern vor allem dich. Du fragst dich natürlich, was wir dir hier bieten können. Zum einen natürlich deutlich mehr Platz. Zum anderen sind wir aber auch ultramodarn ausgestattet. Beatmungsgeräte auf höchstem Stand der Technik, Fluid-Management, speziell Insolationszimmer oder ein Tageslichtgesteuertes Lichtprojekt, zu den Lieblingsprojekt, um nur einige der Features zu nennen. Wir freuen uns auf dich!